Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, diesmal aus der Arena. So, schauen wir doch mal, ob es mir irgendwann nochmal gelinkt, diesen Deppenroger, auf, was finden wir hier wegen Bobby und Dale, hier haben wir schon mal einen Account, ähm, den Sistashes. Vergleich versus Sistashes. Ähm, jo. Automatik raus, und dann ist irgendwie, der ist von der Gilde Rise of the, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas mit Fuh, 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 wahrscheinlich eine 4 soll das darstellen, ich hab keine Ahnung, so, dann wollen wir hier mal, oh, das können wir erstmal so laufen lassen, der heilt sich ja eh wieder da die Regenbrettung, dann wird von Runde zu Runde stärker, was können wir jetzt damit gehen, die Schichtfahrt, ist das denn im Ernst? Naja, mach du mal, ich komm hier mit einem 300-Dollar-Messer, und das wird dich jetzt richtig, ich werde dich jetzt nicht versieren, mein Freund. Der Bart ist gleich weg. Hm? So. Ähm, oh, Amy mit Damenringen, da gibt es die Flügelmutter. So. Da haben wir den Nierenkiller. Ja. Flügelmutter. Und jetzt ist das Ding auch schon halt eigentlich erledigt. Also wir können es auch anschauen, was für eine Karte kommt. Mehr brauche ich jetzt eigentlich, um es zu machen, weil es 300-Dollar-Messer wird den Schaden. Machen. So. 1000. Boah, noch 30 fehlen mir, nur noch 30. So langsam, aber sicher nähern wir uns diesem Ziel. Oh, ich darf gegen Wolverine kämpfen. Ist das wahr? Wolverine. Ich reiß dir deine Scheren, deine Klingen vorne raus. Gegen Planet Express? Really? Okay. Dann würde ich mal sagen, hier können wir natürlich jetzt, äh, wobei, warum nicht? Wir könnten trotz allem... Ne, ich fange jetzt trotzdem erstmal mit der Ringenkarte an. Ich werde genügend Schaden bekommen. So, dann spiele ich jetzt erstmal hier die Gigidi Gun. Und genau, die Ringenkarte heilt sich eh wieder, das ist nice. Und jetzt auf der nächsten Position kommt jetzt mal der Peggy zum zum Einsatz. Und jetzt wird's richtig, richtig haarig fehlen. So. Jetzt wieder nochmal den Gleiterschrank. Und gleich heißt es goodbye, my friend. Oh, welches ist die Stärkere? Das ist die Stärkere. Nice. So, jetzt können wir uns einfach laufen lassen. So, zack, zack. Lassen wir einfach nur die Automatik drin. Naja, sind jetzt so genug Schaden, um uns die Fekte nicht mehr anzugucken. So, der nächste Kampf ist erledigt. Erledigt. Da, 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 da. So. Weiter geht's. Und nochmal gegen Upen Dada. Upen Dada. Herrgleich versus Upen Dada. First Round Fight. So. Freie Verteidigung. Ja, da können wir doch mal hier den Flirty Tutor setzen. Der holt sich gleich sechs Leben wieder zurück. Das ist auch mal ein nice. So. Ähm, als nächstes hier den Stan mit der Elemobil. Ja, Mann. Oh, ich bin den. Oh. Ähm, ja. Also vom Stan ist jetzt nichts mehr übrig geblieben. Jetzt sollte ich hier mal das 4.30 Uhr Appointment setzen. Scheiße. Oh, nö. Jetzt nicht das. Das mag ich jetzt aber nicht. Das mag ich jetzt aber nicht. Oh, wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Was machst du mit mir denn hier, du Kollege? Hey, Mann. Warum? Was? Was los? Ey, sitzt du jetzt? Machst du? Oh, der. Komm. Komm jetzt. Auf. Ja, mach. Och, nee. Och, Meno. Na ja, gut. Wir haben ja inzwischen diese supergeile Funktion mit verbaut. Wo es denn darum geht, dass dann gleich die Karten wieder gesetzt werden, die bereits schon gespielt waren. Das ist eigentlich echt nice. So, was ist jetzt hier los? Verbindung zum Server unterbrochen. Geht es nicht nix, oder was? Ey, wo? 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 Wie machst du jetzt diese gottverdammte Verbindung? Wie gibst du mir Verbindung? Dö. Nee, ich krieg, ich krieg Acro. Und nix, wenn ich machen will, meine Video. Verdammt, nochmal, ey. Nee, bist du, bist du krank, oder was? Ich hau dich. Kann nicht sein. Nochmal verbinden. Versuchen wir es nochmal. Komm. Auf jetzt. Und zack. Server down, oder was? Blöd, blöd Mann. Verdammt. Gibt es so nix, wo er sein. Nee, mach ihn. Ich schwett. Ich schwett. Ich schwett total. Böse. So, jetzt auf hier. Komm, auf. Was ist los hier? Komm, 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 komm. Och, Menno. Was soll jetzt da das Sache machen? Merde. So eine Scheiße. Ich werde verrückt hier mit diesem Mist hier. Warum? Hoppla. Verbindung zu Server unterbrochen. Erneut verbinden. Kommt nix. Was? Warum? Was ist los hier? Noch einmal versuche ich es jetzt hier. Und dann... Keine Chance scheinbar. Ich kriege hier keine Connection. Also, Connection ist da, aber Server. Server nix da. Ach, Mann. Ich kriege Akkus. Ich kriege überall Stresspusten. Was soll jetzt der Scheiß? Scheiße, der Kalde. Machst du nix so? Ist das blöd, ey. Ist das blöd. Hm. Ne. Wird nix mehr. Können wir vergessen. Falls es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir einfach mal ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Spendt mich voll. Abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und... Schaltet es nächstes Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Animation Soda. Mit mir dann gleich. Und mit einem funktionierenden Server. Also, haut rein. Bis dann. Und tschüss.